hallo und herzlich willkommen zu einem neuen testbericht von mir heute habe ich hier einen kopfhörer für euch von der firma audio mx und den kopfhörer seht ihr hier der hat solche bügel diese sorgen für einen guten halt beim sport zum beispiel und das ist eben ein kabelgebundener kopfhörer der modellname hier ist ems 4 und der kopfhörer hat außerdem ein mikrofon integriert das ist die verpackung und jetzt schauen wir uns doch den lieferumfang hier oben im inneren der verpackung habt ihr zuerst einmal eine datentabelle da seht ihr eben die ganzen eigenschaften zum beispiel stecker typ frequenzgang empfindlichkeit und so weiter diese technischen daten findet ihr wie immer im testartikel zum video den link dazu gibt es unten in der beschreibung doch jetzt machen wir mal weiter hier mit dem verpackungsinhalt hier oben haben wir erst mal die kopfhörer die sind hier in diesem plastik bzw schaumstoff drin die kann ich nach hinten raus drücken dann lösen die sich und dann sehen wir hier noch den aufbewahrungsbehälter da sind eben drin das mache ich jetzt mal auf hier und da ist der rest vom kabel drin hier seht ihr eben die kopfhörer ihr seht das sind hier solche bügel das ganze ist sehr leicht und macht auch einen flexiblen eindruck also ich kann das ja bewegen ich mal gespannt wie der tragekomfort ist und hier haben wir eben den 3,5 millimeter klinke stecker des weiteren haben wir hier dann noch ein kleines teil wo das mikrofon drin ist also im kabel hier dieses stück das ist mikrofon da ist der punkt und hier ist noch so ein knopf welche funktion der hat erfahrt später noch wie gesagt das war es jetzt erst mal von diesem kopfhörer jetzt schauen wir uns mal noch an was hier noch in dieser verpackung enthalten ist zwar haben wir hier noch ersatzpolster das sind wieder drei paar in den verschiedenen größen im kleinen mitte und groß und ein paar ist eben bereits auf dem kopfhörer selbst drauf hier haben wir eben diese verpackungsbox sieht schick aus und da könnt ihr eben den kopfhörer rein machen und dann ist er immer sicher in der tasche verstaut mit einem reißverschluss macht euch einen ganz netten eindruck als nächstes schauen wir uns jetzt hier noch mal den rest der verpackung an da habe ich noch so schaumstoff das nämlich jetzt noch heraus und da ist noch die anleitung drin und die anleitung gibt es auf verschiedenen sprachen englisch das hier ist wahrscheinlich chinesisch und deutsch die deutsche anleitung ist ganz hinten und da haben wir einige informationen zum verpackungsinhalt da haben wir noch mal die technischen daten da zeigt er eben hier wo das mikrofon die steuertaste ist dann die funktionalitäten der taste aber dazu kommen wir eben im anschluss noch genau das war es jetzt hier erst mal vom lieferumfang des kopfhörers und im anschluss werde ich es eben noch den tragekomfort die tonqualität und weitere infos zeigen die ohrpolster können einfach gewechselt werden dazu muss zuerst der aktuelle plastikstöpsel abgezogen werden und danach wird der neue über den hörer gezogen wie bei allen anderen stöpseln auch erfahrt das überziehen etwas geduld so gut wie alle stöpsel nutzen das gleiche prinzip im hintergrund zeige ich euch kurz wie ich ein stöpsel gewechselt habe alles in allem simpel und einfach aber erfordert wie gesagt etwas geduld die tonqualität den bass empfinde ich als sehr kräftig auch ohne dass die stöpsel fest ins ohr gedrückt werden müssen ich höre im training sehr viel basslastige power musik und deswegen gefällt mir das besonders gut die höhen empfinde ich auch als klar und deutlich bei den mitten finde ich hat der kopfhörer allerdings eine leichte schwäche diese habe ich dann jedoch mit dem equalizer von vlc etwas angepasst aber dazu komme ich gleich noch ich vergleiche die ohrstöpsel auf basis meiner bisherigen erfahrung mit anderen ohrstöpseln da sich um ein kopfhörer mit kabel handelt hat dieser kein rauschen bei stille wie es bei vielen kompakten bluetooth kopfhörern ja der fall ist der ton des ems 4 ist vergleichbar mit der tonqualität des eiklaver bth 04 den ich ja auch auf meinem kanal getestet habe der bth 04 ist allerdings ein bluetooth kopfhörer schwächen haben die stöpsel so gut wie alle irgendwo wenn man sie mit teuren großen kopfhörern vergleicht ich empfehle euch deswegen ein player mit equalizer mit dem equalizer kann man den ton einfach angleichen oder beispielsweise den bass noch mehr verstärken mit ein paar erhöhungen im bereich von 1 kilohertz bis 16 kilohertz habe ich die mitten etwas verändert und damit empfinde ich den klang als gut für diese kompakte stöpselbauweise der trage komfort der kopfhörer ist aus meiner sicht wirklich sehr bequem die bügel selbst sind flexibel und passen bei mir sehr gut die kopfhörer mit bügeln selbst wiegen circa 8 gramm und sind damit ein leichtgewicht mit kabeln und steckern wiegt alles in allem circa 18 gramm die stöpsel sitzen bei mir extrem angenehm im ohr und ich habe auch genug bass ohne dass ich sie mehr fest ins ohr stecken muss längeres tragen ist damit sehr angenehm die bügel selbst verleihen einen sehr guten halt und beim joggen oder herumhüpfen ist bei mir nichts verrutscht ich besitze auch noch einen weiteren kopfhörer mit festen bügeln im genauen den empo cheetah den fand ich allerdings nicht so bequem wie den ems4 der audio mx ems4 ist einer der bequemsten stöpselkopfhörer mit bügeln die ich bisher besessen habe die verarbeitung die bügel wirken auf den ersten blick nicht sonderlich stabil da sie flexibel sind mir schien das selbst zuerst als nachteil allerdings habe ich dann darüber noch einmal genau nachgedacht bei einem anderen kopfhörer den ich besitze sind die bügel aus unflexiblem harten plastik diese bügel passen sich deswegen aber nicht so gut ans ohr an und als den kopfhörer einmal die tasche geschmissen hatte sind die bügel gebrochen weil sie eben nicht flexibel sind ich finde diese flexible leicht bohrweise des ems4 auf den zweiten blick also doch von vorteil beim ems4 liegt eine stabile transport box im lieferumfang bei und ich empfehle euch diese zum transport zu verwenden damit der kopfhörer nicht in der tasche beschädigt wird alles in allem ist die verarbeitung des kopfhörers für diese preisklasse in ordnung und auf den bildern im testartikel seht ihr eben alles noch einmal im detail die steuertaste und das mikrofon im kabel befindet sich ein zylinderförmiges element mit einem schwarzen punkt und einer steuertaste der schwarze punkt ist ein mikrofon und der kopfhörer ist damit headset und kopfhörer hinein mit dem knopf kann beispielsweise musik pausiert werden oder ein ankommender anruf entgegengenommen werden eine tabelle mit allen funktionen gibt es wie immer im artikel zum video und den link findet ihr unten in der video beschreibung kommen wir nun zu meinem abschließenden fazit der audio mx e ms4 ist ein sport kopfhörer mit bügeln und kostet momentan 30 euro auf amazon im lieferumfang sind außerdem drei paar polster in verschiedenen größen und eine transport box enthalten der tragekomfort gefällt mir persönlich sehr gut und der kopfhörer ist sehr leicht auch die soundqualität ist für diese preisklasse recht gut das war es von meinem testbericht für euch den link zum artikel findet ihr wie immer unten in der video beschreibung und wir sehen uns im nächsten video